guten tag meine lieben oder guten morgen guten nachmittag oder guten abend wie geht's ich hoffe du bist gut und gesund entschuldigen sie bitte mein deutsches schlag ich freue mich darauf deutschland wieder zu besuchen es ist zu lange her ich hoffe euch alle im dezember in dortmund zu sein bis bald tschüss